Nicht die Anzahl der Dinge, an die ich mich erinnere, ist erstaunlich, sondern die Anzahl der Dinge, die gar nicht so waren, wie ich sie erinnere. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast rund um die Manipulation von Erinnerungen. In diesem Podcast gehen wir etwas mehr in die Tiefe und gehen über die normalerweise 5 bis 15 Minuten langen Videos hinaus, denn der Podcast ist sozusagen die vertonte Version einer Forschungsarbeit, die ich innerhalb meines Studiums zum Thema der Erinnerungsmanipulation verfasst habe. Viel Spaß beim Zuhören! Im Zuge der jüngeren wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Kognitionsforschung gelangen vermehrt erfolgreiche Erinnerungsverfälschungen in den Fokus der Öffentlichkeit. Kaum etwas anderes beeinflusst die mentale Verfassung, das zukünftige Handeln oder die Emotionen eines Menschen so maßgeblich wie Erinnerungen. Die Fragestellung, wie Erinnerungen manipuliert werden können und in welchen Formen eine mögliche Manipulation überhaupt abläuft, liegt nicht nur nahe, eine mögliche Antwort gibt auch Aufschluss darüber, ob eine Erinnerungsverfälschung überhaupt bewusst durch das Individuum wahrgenommen werden kann. Diese Fragestellung ist Grundlage des heutigen Podcasts. Zunächst werden wir die generellen Prozesse der kognitiven Informationsverarbeitung und Gedächtnisbildung theoretisch beschreiben. Der Hauptteil widmet sich anschließend detaillierter der Endogen- und Exogen-Erinnerungsverfälschung. Anhand von diversen Untersuchungen und aktuellen Studien werden wir dann das Phänomen der sogenannten Suggestion analysieren. Hierbei wird explizit darauf eingegangen, wie stark Erinnerungen verändert oder falsche Erinnerungen geschaffen werden können. Definition von Erinnerungen Erinnerungen sind das kognitive Wiedererleben von vergangenen Erlebnissen und Erfahrungen. Der Sinn einer Erinnerung besteht primär darin, Informationen zu liefern, die dem Handeln in Gegenwart und Zukunft dienen. Das meiste, was Menschen durch Umwelteinflüsse und Reize aufnehmen, ist von kurzer Verweildauer und wird schnell wieder vergessen. Folglich stehen Erinnerungen unter Einfluss zeitlicher Faktoren. Ohne das Gedächtnis gäbe es keine Erinnerungen. Somit ist das Gedächtnis das essentielle Grundgerüst, welches die Bildung von Erinnerungen überhaupt erst ermöglicht. Der Stellenwert des Gedächtnisses wird meist erst dann von Bedeutung, wenn es während Krankheiten, wie zum Beispiel einer Amnesie, zu Ausfällen kommt. Das Gedächtnis ist dem Gehirn lokalisiert und verarbeitet Inhalte unter anderem im sogenannten Hypocampus oder dem Cerebellum, auch Kleinhirn genannt. Die Autoren des Magazines Spektrum definieren das Gedächtnis als die Fähigkeit eines Lebewesens, Erinnerungen zu bilden und Gelerntes abrufbar zu speichern, um dieses Wissen auch zukünftig zu nutzen. Das Gedächtnis spiele dabei eine komplexe und zugleich entscheidende Rolle im Bereich des Verhaltens. Laut Prof. Dr. Randolf Menzel, Neurobiologe der FU Berlin, sei das Gedächtnis darüber hinaus in der Lage, voneinander unabhängige Informationen zu speichern. Es könne schätzungsweise bis zu eine Billion Informationsbestandteile speichern. Die aktuelle Forschung habe jedoch noch keine verlässlichen Zahlen in Bezug auf das tatsächliche Speicherpotenzial des Gedächtnisses liefern können. Zu einer ähnlichen Definition kommt Myers, der vereinfacht feststellt, dass das Gedächtnis in der Lage sei, Informationen nach der Aufnahme speichern und abrufen zu können. Das Gedächtnis ist also ein Mechanismus mit Netzwerkcharakter, welcher enkodierend speichern und abrufen kann. In der Psychologie wird das Gedächtnis mit der Form und Funktionsweise eines Computers verglichen. Wie bei einem Computer verfährt das Gedächtnis mehrstufig. In der Kognitionsforschung hat sich ein Drei-Stufen-Modell etabliert, demnach enkodiert und speichert das Gedächtnis, bevor es in der Lage ist, die gespeicherten Informationen wieder abzurufen. Trotz der Ähnlichkeiten mit einem Computer darf nicht unerwähnt bleiben, dass das Gedächtnis einem Computer zwar ähnelt, jedoch elementare Unterschiede aufweist. Ein künstlich geschaffener Computer verfährt sequenziell, das heißt er bearbeitet Aufgaben nacheinander. Das Gehirn kann auch gleichzeitig internale Verarbeitungsprozesse durchführen. Die Fähigkeit, Informationen ohne bewusste Anstrengung aus dem Gedächtnis wiederherzustellen, nennen Psychologen implizites Gedächtnis. Während der Betrachtung der Umwelt sehen wir ständig Dinge, die wir schon einmal gesehen und gelernt haben. Diese Alltagsgegenstände müssen nicht erneut gelernt werden, sondern werden automatisiert aus dem Gedächtnis abgerufen. Im Laufe des Aufwachsens hat sich unser Gedächtnis einen Großteil dieses Wissens unbewusst angeeignet. Das Gedächtnis analysiert und verarbeitet dabei Informationen über Raum, Zeit oder die Häufigkeit von wiederkehrenden Ereignissen. Bei anderen Dingen bedarf es jedoch eines expliziten Prozesses, welcher eine bewusste Verknüpfung zwischen Objekt und Gedächtnis herstellt. Das explizite Gedächtnis bedarf zur Wiedergewinnung von Informationen einer bewussten Anstrengung. Hierfür sind aktive Gedächtnisprozesse notwendig. In der Realität laufen sowohl implizite als auch explizite Prozesse parallel ab. Neben der expliziten und impliziten Form des Gedächtnisses gibt es noch eine weitere Unterscheidung. Das prozedurale Gedächtnis beinhaltet alle Informationen und Erinnerungen über Prozesse und Abläufe und Fertigkeiten. Dieses Wissen wird oft für motorische Prozesse benötigt und wurde zuvor gelernt. Auch hierbei handelt es sich um einen impliziten, also unbewussten Prozess, da das prozedurale Gedächtnis nicht unmittelbar zugänglich ist. Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses lassen sich zwar vom Individuum vormachen, sind jedoch schwer zu beschreiben. Prozedurales Wissen wird skriptisch gespeichert. Die zweite Form des Gedächtnisses stellt das sogenannte deklarative Gedächtnis dar. Anstelle von Abläufen speichert diese Form des Gedächtnisses Faktenwissen. Explizites Wissen, welches im Gegensatz zu prozeduralem Wissen unmittelbar zugänglich ist und vom Individuum gut beschrieben werden kann. Auch die Erinnerungen an uns selbst, sogenanntes autobiografisches Wissen, fällt unter dem Begriff des deklarativen Gedächtnisses. Es teilt sich zudem in das Semantische, das Weltwissen, z.B. Frankfurt ist eine Stadt, sowie das episodische Gedächtnis, welches Ereignisse des eigenen Lebens, z.B. Gesichter speichert. Neben der Aufteilung in unterschiedliche Formen, gliedert die Neurowissenschaft das Gedächtnis in einen dreistufigen Prozess. Der erste Teil widmet sich der Aufnahme von Informationen, der sogenannten Enkodierung. Während dieses Prozesses werden Informationen sowohl bewusst als auch automatisiert in das Gedächtnis überführt. Es entsteht eine mentale Repräsentation der externen Welt. Allerdings stellt diese Repräsentation keine hundertprozentige Wiedergabe der Umwelt dar. Dennoch erhalten wir einen guten Überblick über die Beschaffenheit von Gegenständen. Dies geschieht durch visuelle, auditive und semantische Enkodierung. Kognitionsforscher gehen davon aus, dass sich diese automatische Verarbeitung unbewusst auf Routineerlebnisse konzentriere und damit Freiraum für die deutlich anstrengendere, bewussten Verarbeitungsprozesse schaffe. Während der Enkodierung stehen visuelle, auditive und semantische Verarbeitungsprozesse im Vordergrund. Der zweite Prozessabschnitt ist die Speicherung. Die Speicherung baut auf der Enkodierung auf und beschreibt den Prozess der Aufrechterhaltung aufgenommener und enkodierter Informationen. Diese Informationen bleiben oftmals so lange erhalten, bis sie benötigt werden oder erloschen sind. Es handelt sich also um eine zeitlich begrenzte Speicherung. Nach erfolgreicher Speicherung ist der Abruf der dritte Prozessabschnitt möglich. Hier ist die Parallele zum Computer eindeutig erkennbar. Gespeicherte Informationen können innerhalb von Sekundenbruchteilen abgerufen werden. Dieser Prozess heißt erinnern. Die Interaktion der drei Schritte erscheint einfach, doch an dieser Stelle sei betont, dass es sich um einen hochkomplexen Vorgang handelt. Bevor ein Individuum beispielsweise die Information, einen Tiger gesehen zu haben, enkodieren kann, muss es zunächst Attribute eines Tigers aus dem Gedächtnis abrufen. Auch in der Sprache müssen stets jedes Wort, die Grammatik, der Hintergrund und die Bedeutung einer Aussage enkodiert werden. Daraus erfolgt die Erkenntnis, dass unser Gedächtnis eine sehr leistungsstarke Einheit ist. Täglich verarbeitet es unzählige Informationen über unsere Umwelt, ohne dass wir uns der zugrunde liegenden Prozesse bewusst sind. Sensorische Gedächtnissysteme erweitern das Gedächtnis um die Informationen, die der Umwelt in Form von visuellen und auditiven Reizen entstammen. Typische Charakteristika des sensorischen Gedächtnisses sind die sehr kurzen Verweildauern der aufgenommenen Informationen. Im Kontrast zur kurzen Verweildauer steht jedoch die große Menge an Informationen, die durch die sensorischen Systeme aufgenommen werden können. Als Teil des sensorischen Gedächtnisses beschreibt das sogenannte ikonische Gedächtnis die sehr kurze Speicherung großer Mengen visueller Reize. Die Verweildauer beschränkt sich im visuellen Bereich auf etwa eine halbe Sekunde. Neben der visuellen Verarbeitung erweitert das sogenannte ischotische Gedächtnis das sensorische Gedächtnis um die kurzfristige Speicherung auditiver Reize. Informationen aus dem ischotischen Teil sind ebenfalls vergänglich, bleiben jedoch bis zu 10 Sekunden erhalten. Kurzzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis Während des Prozesses der sensorischen Speicherung werden Informationen gefiltert und nur ein kleiner Teil gelangt weiter in das sogenannte Kurzzeitgedächtnis. Er steht stellvertretend für die allgemeine Auffassung, dass Informationen entweder kurz- oder langfristig im Gedächtnis abgespeichert werden. Diese Tendenz entwickelte William James, als er entdeckte, dass Informationen nicht unmittelbar aus dem Bewusstsein verschwanden, sondern über eine gewisse Verweildauer verfügten. Seine Erkenntnisse nannte er Primärgedächtnis. Heute beschreiben wir dieses Phänomen umgangssprachlich als Kurzzeitgedächtnis, in der Psychologie als Arbeitsgedächtnis. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass das Arbeitsgedächtnis einige Erweiterungen beinhaltet. Das Kurz- und Arbeitsgedächtnis stellt keinen Ort, sondern einen Mechanismus dar, welcher darüber entscheidet, welchen Informationen wir unserer Aufmerksamkeit über einen Zeitraum von einigen Sekunden widmen. Darüber hinaus ist das Kurzzeitgedächtnis in seiner Kapazität begrenzt und verfügt über eine kurze Gedächtnisspanne. So können sich die meisten Menschen nur maximal sieben Begriffe kurzfristig merken. In der Psychologie ist das die Magical Number Seven. Das Kurzzeitgedächtnis ist für die Ausführung alltäglicher Dinge verantwortlich, das Merken einer Telefonnummer ist ein typischer Prozess dieses Gedächtnisses. Um Informationen im Kurzzeitgedächtnis zu erhalten, muss das Material kontinuierlich wiederholt werden und zu sogenannten Chunks, also Ketten, zusammengefügt werden. Treten diese Prozesse auf, ersetzt der Begriff des Arbeitsgedächtnisses den des Kurzzeitgedächtnisses. Das stützt die aktuelle Forschung, die das Kurzzeitgedächtnis als weit mehr als einen kurzfristigen Speicher sieht und deshalb ebenfalls von einem Arbeitsgedächtnis spricht. Das Langzeitgedächtnis Informationen, die in das Kurzzeitgedächtnis gelangt sind, können sowohl vergessen als auch in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das Langzeitgedächtnis verfügt über eine weitaus höhere Speicherkapazität als das Kurzzeitgedächtnis und ist nicht nur der Sitz von Wissen, Erfahrungen, Fähigkeiten oder Regeln, sondern auch von Erinnerungen. Auch autobiografische Erinnerungen werden hier gespeichert. Erinnerungen und Informationen im Langzeitgedächtnis werden oftmals ein Leben lang dort gespeichert. Die Kapazität des Langzeitgedächtnisses konnte noch nicht definiert werden, steht aber einem Computer mit hoher Speicherkapazität nicht nach. In der Speicherkapazität sowie der Dauer des Speicherns liegen somit die essentiellen Unterschiede zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Informationen, die bewusst dem Langzeitgedächtnis ankommen, wurden zuvor gefiltert und bestehen nur aus einem Bruchteil von Informationen, die das Gehirn vorher sensorisch verarbeitet hatte. Auf das Langzeitgedächtnis muss sich ein Individuum bei fast allen Tätigkeiten beziehen. Deshalb wird es auch als Referenzgedächtnis bezeichnet. Manipulation von Erinnerungen und Erinnerungsverfälschung Unter dem Begriff der Manipulation oder Erinnerungsfälschung verstehen Psychologen Fehler während neuronaler Verarbeitungsprozesse. Eine endogene Manipulation hingegen bedient sich anderer Techniken. Durch aktive Einflussnahme und Suggestion werden hierbei Erinnerungen implantiert und bestehende Informationen verändert. An einen Großteil unserer Gedächtnisinhalte können wir uns nicht direkt erinnern. Dafür ist das kognitive System des Menschens in der Lage, Erinnerungen zu rekonstruieren. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der Informationen basierend auf allgemein gespeichertem Wissen abruft. Dieser Prozess tritt nur dann auf, wenn keine spezifischen Erinnerungen im Gedächtnis vorhanden sind. Die Funktionsweise des rekonstruktiven Gedächtnisses lässt sich anhand von einfachen Fragen darstellen. Zum Beispiel, haben Sie letzte Woche Montag zwischen 11 und 12 Uhr geatmet? Gab es 2016 einen 7. Juli? Kam in dem letzten Buch, das Sie gelesen haben, das Wort der vor? Alle drei Fragen lassen sich mit großer Sicherheit bejahen, allerdings ohne über eine spezifische und episodengerechte Erinnerung zu verfügen. Es sei denn, ein Individuum besitzt tatsächlich eine spezifische Erinnerung, zum Beispiel für den 7. Juli, weil es ein besonders prägendes Erlebnis mit diesem Datum verbindet und somit über eine spezifische Erinnerung verfügt. In den meisten Fällen nutzen wir jedoch unser rekonstruktives Gedächtnis. Durch die Tatsache, dass wir über ein rekonstruktives Gedächtnis verfügen, kann davon ausgegangen werden, dass Erinnerungen während des Rekonstruktionsprozesses verzehrt werden. Einen eindeutigen Beweis für die Verzerrung und Veränderung von Gedächtnisinhalten konnte Sir Frederick Bartlett 1932 im Rahmen eines Forschungsprogrammes darlegen. Er trug Studenten eine fremde Geschichte vor, welche sich nicht nur kulturell, sondern auch sprachlich von der Kultur der Probanden deutlich abgrenzte. Anschließend ließ er die Studenten die Geschichte nacherzählen. Das Ergebnis sah wie folgt aus. Während die Probanden die Geschichte nacherzählten, veränderten sie die ursprüngliche Geschichte teilweise stark. Barlet gliederte die drei unterschiedlichen verzerrenden Prozesse. Erstens die Nivellierung, die Probanden vereinfachten die Geschichte. Zweitens die Akzentuierung, die Studenten hoben Details hervor oder überbetonten sie. Drittens die Assimilation, die Testpersonen änderten Details. Teil der Assimilation war es, Wörter und Begriffe, die nicht der eigenen Kultur entsprangen, durch bekannte Wörter zu ersetzen. So kam es zu einer besseren Übereinstimmung mit dem eigenen Wissen der Probanden. Somit ist Schluss zu folgern, dass es sich beim rekonstruierenden Gedächtnis bereits um eine Art manipuliertes Gedächtnis handelt. Dieser Manipulation werden sich Menschen nur teilweise bewusst, auch hier findet ein automatisierter, unbewusster Prozess statt. Das menschliche Gedächtnis ist keineswegs eine statische Einheit. Fragmente, die einmal gespeichert wurden, unterliegen einer stetigen Veränderung. Aufgrund von Verhalten und Erlebnissen ändern sich die Erinnerungen kontinuierlich. Bei jedem erneuten Abruf aktualisiert sich die Erinnerung und passt sich der neuen Lebenssituation an. Vor allem die aktuelle Stimmung hat großen Auswirkungen auf die Bewertung von Erinnerungen. Ein Beispiel hierfür sind Paare, die sich an ihre Vergangenheit erinnern. Diejenigen Paare, welche momentan zufrieden und glücklich in ihrer Beziehung sind, erinnern sich an ihre Vergangenheit ebenfalls positiv. Ist die aktuelle Beziehung für die Partner belastend und unangenehm, erinnern sie sich hingegen vielmehr negativ an die Vergangenheit. So als habe die Beziehung schon immer negative Gefühle verursacht. Daraus folgt, dass emotionale Zustände maßgeblichen Einfluss auf die Einordnung von Erinnerungen haben. Dieses Phänomen wird Stimmungskongruenz genannt. Dieser Einfluss wirkt sich auch darauf aus, was wir speichern. Zustände, in denen starke Emotionen im Spiel sind, bleiben besser im Gedächtnis als alltägliche Dinge. Larry Cahill vom Center for Neurobiology and Learning in Kalifornien belegte die Verknüpfung von emotionalen Szenen und der Gedächtnisbildung. Er zeigte Probanden aufwühlende und weniger aufwühlende Filmszenen und ließ sie drei Wochen später ihre Erinnerungen an die Filme wiedergeben. Die Reaktion des Gieren war schon beim Betrachten der Filme unterschiedlich. Bei den Versuchsteilnehmern zeigte sich eine umso stärkere Aktivierung der Amygdala, desto erregender die Szene gewesen war. Cahills These wurde drei Wochen später belegt, als die Probanden sich deutlich besser an die erregenden Filme erinnern konnten. Umso stärker die Amygdala-Aktivität zuvor war, desto besser waren die Gedächtnisleistungen der Versuchspersonen. Amygdala-Aktivität und Emotion stehen also in einer direkten Verbindung. Deshalb haben Menschen mit Schädigungen der Amygdala auch oftmals ein schwach ausgeprägtes Emotionsgedächtnis. Fehlleistungen des Gedächtnisses Unser Gedächtnis ist darauf ausgelegt, unwichtige Dinge zu vergessen, vor allem dann, wenn ein regelmäßiges Abrufen ausbleibt. Verschiedene Fehlleistungen sorgen jedoch für veränderte Erinnerungen. Solomon Sherevsky, ein russischer Gedächtniskünstler und Journalist, liefert Aufschluss darüber, warum es naturbedingt sinnvoll ist, sich im Gedächtnis nur auf wesentliche Erinnerungen zu konzentrieren. Sherevsky konnte sich innerhalb kürzester Zeit komplette Buchseiten merken und ganze Interviews ohne mitzuschreiben Wort für Wort abspeichern. Diese außergewöhnliche Gedächtnisleistung funktionierte selbst bei fremdsprachigen Texten. Die Kehrseite seiner Fähigkeit lag darin, dass er diese Informationen nur schwer wieder vergessen konnte. Außerdem hatte er Schwierigkeiten, Dinge gedanklich abstrakt auszuarbeiten und sich auf wesentliche Informationen zu konzentrieren. Man erkennt, dass die Speicherung von unzähligen Informationen zwar teilweise hilfreich sein kann, allerdings gleichzeitig eine Belastung mit sich bringt. Solomon Sherevsky fühlte sich förmlich von seinen Erinnerungen verfolgt. Somit können Gedächtnisfehlleistungen und nur allgemein abgespeicherte Erinnerungen sogar von Vorteil sein. Das Konzentrieren auf wesentliche Informationen schien im Laufe der Evolution wichtiger zu sein, als die Speicherung von möglichst vielen, aber irrelevanten Informationen. Die Fehlleistungen sind also gewollt und treten nicht ohne Grund auf. Die Erklärung für Fehlleistungen liegt im Streben des Gehirns, Informationen nach Themen zu ordnen und nur Wesentliches zu speichern. Neben Fehlleistungen treten in der Realität auch Verfälschungen auf. Eine dieser Verfälschungen, die sogenannte Fehlattribution, lässt sich anhand von eines von Hannah Trimala ausgeführten Beispiels erläutern. 1975 bezichtigte eine Frau den Gedächtnisforscher Donald Thompson der Vergewaltigung. Dieser gab aber zur Tatzeit ein Fernsehinterview und verfügte somit über ein Alibi. Später stellte sich heraus, dass die Frau kurz vor ihrer Vergewaltigung das Interview mit Thompson gesehen hatte. Sie ordnete ihre Erinnerungen im Nachhinein der falschen Situation und den falschen Umständen zu und lieferte so einen eindeutigen Beleg für eine Fehlattribution des menschlichen Gedächtnisses. Das Gedächtnis ist ein komplexes Phänomen, welches noch weitere Fehler in der Bildung und dem Abrufen von Erinnerungen bereithält. Der sogenannte Rückschaufeder oder auch als hindsight bias bezeichnete Effekt beschreibt das Phänomen, dass Menschen häufig ihre Aussagen in ihren Erinnerungen an ein tatsächlich eingetretenes Ergebnis anpassen. Dieser Prozess geschieht unbewusst und somit ist hier eine Modifizierung der eigenen Erinnerungen in Richtung des realen Resultates zu beobachten. Allerdings geschieht diese Veränderung von innen und nicht durch exogene Einflussnahme. Einen deutlichen Aufschluss über Ungenauigkeiten des Gedächtnisses liefern Erkenntnisse der Neurowissenschaften, genauer gesagt das Phänomen der infantilen Amnesie. Einige Personen behaupten, sie verfügen über Erinnerungen aus ihrer frühsten Kindheit. Neurowissenschaftler konnten allerdings aufzeigen, dass das menschliche Gedächtnis auf keine spezifischen Erinnerungen aus den ersten drei Lebensjahren zurückgreifen könne. Grund hierfür seien das fehlende Ich-Verständnis sowie die noch schlecht ausgebildeten Nervenzellen im Gehirn. Wie aber können die besagten Personen dennoch über vermeintliche Erinnerungen über ihre Kindheit verfügen? Dieses Phänomen lässt sich vergleichsweise einfach bei genauerem Betrachten der Erinnerungen erläutern. Hierbei muss klar zwischen tatsächlichen Erinnerungen und Wissen aus Erzählungen und Fotos unterschieden werden. Das menschliche Gedächtnis ist schlecht in der Unterscheidung zwischen echten Erinnerungen und Überlegungen, wie es hätte passiert sein können. Pseudo-Erinnerungen Unter Pseudo-Erinnerungen versteht man in der psychologischen Forschung die Implantierung von objektiv nie stattgefundenen Ereignissen. Während dieses Prozesses schaffen sich Personen eigenständig Erinnerungen, denen keine tatsächlichen Ereignisse zugrunde liegen. Sie erklären, dass diesem Phänomen ein bewusstes Einreden zugrunde liege. Untersuchungen zeigen auf, dass Pseudo-Erinnerungen genau dann entstehen, wenn zum einen eine intensive mentale Beschäftigung mit dem Gedanken, ein Erlebnis gemacht zu haben, vorliegt und zum anderen diese kognitive Aufmerksamkeit leibhaftig durchgeführt wird. Unter diesen Umständen passiere es, dass Pseudo-Erinnerungen letztlich für originale und reale Erinnerungen gehalten werden und somit als tatsächliche Erinnerungen aufgenommen werden. An dieser Stelle lässt sich anmerken, dass auch dem autobiografischen Gedächtnis Pseudo-Erinnerungen induziert werden können. Ebenfalls erstaunlich ist die Erkenntnis, dass erwachsene Menschen trotz ihres Altersunterschiedes und ihre Erfahrungen genau wie Kinder anfällig gegenüber derartigen Verfälschungen sind. Bei Kindern greift dieser Effekt wenngleich wirksamer, da sie stärker auf suggestive Einflüsse reagieren. Anhand einfacher Versuche, bei denen sich Studenten repetitiv vorstellen sollten, einen Zahnstocher zerbrochen oder einen Tacker hochgehoben zu haben, zeigte sich die Anfälligkeit für Pseudo-Erinnerungen. Am Ende des Versuches glaubten diese Studenten, sie hätten ihre Handlungen am Anfang des Versuches tatsächlich ausgeübt. Etwas, was man sich einbildet, kommt einem nach einiger Zeit vertraut vor und Vertrautes kommt einem realer vor. Je lebhafter sich also ein Mensch etwas vorstellen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass er seine Vorstellung in eine Erinnerung verwandelt. Der unumstritten wichtigste Teil der aktiven Beeinflussung von Erinnerungen ist die sogenannte Suggestion. Es handelt sich hierbei um einen Priming-Effekt, also einen beeinflussenden Reiz unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, bei dem auf die unbewusste kognitive Informationsverarbeitung gezielt wird. Die Absicht liegt darin, eine Person so lange mental zu manipulieren, bis sie eine falsche und fiktive Erinnerung oder Gedanken für ein reales Ereignis hält. Der Prozess des Suggestierens ist mehrstufig und wird von der Zielperson größtenteils gar nicht oder nur unbewusst wahrgenommen. Wie stark außenstehende Personen durch suggestive Formulierungen Einfluss auf andere Menschen nehmen können, stellt Meyers anschaulich dar. Er berichtet von einem Versuch, bei dem Menschen in einem Film von einem Autounfall gezeigt wurden, bei dem zwei Autos ineinander fuhren. Ein Unfall, bei dem jedoch keine Glassplitter entstanden. Anschließend wurden den Versuchsteilnehmern unterschiedliche Fragen gestellt. Eine Gruppe wurde gefragt, wie schnell die Autos gewesen seien, als sie zusammen krachten. Die andere Gruppe wurde gefragt, wie schnell die Autos gewesen seien, als sie zusammen stießen. Eine Woche später fragte man die zwei Gruppen, ob ihnen während des Unfalls Glassplitter aufgefallen seien. Diejenigen, die die erste Frage erhielten, bejahten die Aussage doppelt so häufig wie andere Teilnehmer, obwohl die Glasscherben faktisch nie existent waren. Zweifelslos zeigt diese Arbeit, wie sehr sich Personen in ihren Erinnerungen durch triviale Fehlinformationen beeinflussen lassen und folglich falsche Erinnerungen konstruieren. Aus den Forschungen wissen wir auch, dass es umso einfacher ist, suggerierte Fehlinformationen zu implementieren, je länger das eigentliche Ergebnis her ist. Das Phänomen des Fehlinformationseffektes tritt dann auf, wenn unser kognitives System Erinnerungslücken mit logischen Erklärungen und Vermutungen zu schließen versucht. Dieser Prozess geschieht unbewusst und es fällt uns sehr schwer, im Nachhinein zwischen realen Erinnerungen und konstruierten Erinnerungen zu unterscheiden. Und genau diesem kognitiven Vorgang bedient sich auch die aktive Manipulation von Erinnerungen. Betrachten wir hierfür eine Studie. Shaw führte eine Studie mit Studenten durch, welche sie um die Kontaktadressen ihrer Eltern bat. Die Eltern sollten anschließend Auskunft über besonders emotionale Ereignisse zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr des Kindes geben, woraufhin die Studenten zu ihrem Gespräch eingeladen wurden. Sie gingen davon aus, während des Gesprächs über ihre Kindheitserinnerungen zu reden. Allerdings fügte Shaw ein weiteres fiktives Ereignis in die Gespräche ein, mit dem Ziel, die Probanden glauben zu lassen, sie hätten das fiktive Ereignis tatsächlich erlebt. Zu den insgesamt sechs fiktiven Ereignissen zählte unter anderem ein Hundeangriff, ein von ihnen durchgeführter Diebstahl oder eine erlittene schwere Verletzung. Am Ende der Studie, nach drei Sitzungen, glaubten 70% der Probanden, sie hätten tatsächlich eine Straftat begangen. 6% mehr waren davon überzeugt, eines der emotionalen Ereignisse erlebt zu haben. Wie aber kommt es dazu, dass Menschen suggerierte Erinnerungen plötzlich selbst als wahr betrachten, obwohl sie faktisch nie in der Realität stattgefunden haben? Das liegt zum einen am Wesen der Suggestion, zum anderen an der zuvor beschriebenen Fehlerhaftigkeit unseres Gedächtnisses. Wie bereits beschrieben, lassen vor allem emotionale Ereignisse, die Amygdala im Gehirn aktiver werden. Kindheitserinnerungen sind etwas Emotionales, wenngleich die Erinnerungen an spezifische Kindheitserinnerungen oft verzerrt sind. Umso verschwommener die Erinnerungen, desto leichter lassen sich suggerierte Informationen mit in das Gedächtnis einbauen. Dieses Phänomen konnte unter anderem anhand von Missbrauchsfällen belegt werden. Es zeigte sich auch ausdrücklich in Shaws Experiment. Sie mischte falsche Informationen unter Erinnerungen, die von den Probanden weder täglich abgerufen werden, noch spezifisch gespeichert wurden. Shaws schaffte also eine für die Suggestion ideale Situation. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Eltern in diesem Fall einen entscheidenden Anteil an erfolgreicher Manipulation hatten. Sie sind Autoritätspersonen, denen die Studenten eher Glauben schenken, als sie es fremden Menschen tun würden. Die Studenten vertrauten ihren Eltern, daraus folgte, dass die Probanden viel eher dachten, die Erzählungen basieren tatsächlich auf realen Geschehnissen. Sie waren davon ausgegangen, ihre Eltern hätten Shaws von den Ereignissen berichtet und vermuteten keine falschen Ereignisse. Demnach schlussfolgerten sie, die Informationen könnten gar nicht falsch sein, es würde keinen Sinn machen, wenn die Eltern falsche Geschichten erfinden würden. An diesem Punkt kommt eine andere Fehlfunktion des Gedächtnisses zu tragen. Das Gedächtnis versucht, Gedächtnislücken mit glaubhaften Fragmenten zu füllen, um damit die gesamte Erinnerung sinnvoll zu gestalten. Das Gedächtnis bevorzugt Logik und versucht, die Erinnerungen glaubhaft zu rekonstruieren. Dabei bedient es sich jedoch auch falschen Imaginationen. Eine faktisch stattgefundene Erinnerung wird dann oft als Basis für die falsche Erinnerung genommen. Um diese Erinnerung werden dann alle vermeintlichen Erinnerungslücken geschlossen, bis die falsche Erinnerung in Gedanken wahr ist und auch für real gehalten wird. Dieser Prozess ist unbewusst. Er ist darüber hinaus abhängig von der individuellen Vorstellungskraft einer Person. Umso stärker die Imagination, desto höher die Anfälligkeit durch Suggestion beeinflusst zu werden. Dieses Phänomen zeigt sich nicht nur in Chance-Experiment, sondern auch in weiteren ähnlichen Versuchen. Zeigte man zum Beispiel Personen bearbeitete Bilder, auf denen sie als Kind auf einem Elefanten saßen, verknüpften sie nach der zweiten Sitzung diese Bilder mit anderen Erinnerungen, zum Beispiel einem Zoobesuch. Auch wenn sie als Kind nie auf einem Elefanten gesessen hatten, fingen sie an, das Bild mit ähnlichen Erinnerungen zu verknüpfen und konnten so die falsche Erinnerung plausibel erklären. Eine Probandin erinnerte sich unter anderem an einen Besuch im Zoo, bei dem sie auf einem Pferd gesessen hatte. Schon nach der zweiten Sitzung glaubte sie, auch an diesem Tag auf einem Elefanten gesessen zu haben. Fazit Manipulationen von Erinnerungen kommen nicht nur von außen, der größte Manipulator menschlicher Erinnerungen ist der Mensch selbst. Nicht umsonst wird davon ausgegangen, dass falsche Erinnerungen eher die Regel als die Ausnahme sind. Der Begriff kreatives Erinnern beschreibt anschaulich, wie ungenaue Erinnerungen sind und wie leicht sie zu manipulieren sind. Etliche Zeugenaussagen können heute nicht mehr als glaubwürdig eingestuft werden. Zu groß sind die Verfälschungen durch Umwelteinflüsse oder suggerierende Fragestellungen. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei diesem sehr langen Podcast. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Schreibt mir doch auch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr schon mal selbst Opfer von falschen Erinnerungen geworden seid. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Abonniert auch gerne diesen Kanal und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Unterstützer auf Patreon werden. Den Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Dankeschön.